Hallo, was geht? Ich bin's mal wieder und da zeige ich euch heute mal wieder den Izium Shop. Wie ich es eigentlich auch immer mache. Ja, also der Deadpool Shop ist auf jeden Fall nicht drin immer. Also einmal hier Knarks, gibt es da noch Fraktalpunkt. Dann rassender Ansturm, finde ich nicht so geil, aber ihr entscheidet dasselbe, was ihr halt kauft. Dann Cuaco. Den Kopf finde ich jetzt nicht so geil. Schraubt mal eure Meinung rein, wie ihr den findet. Dann Goldreber. Und ja, Brandfieber finde ich jetzt. Also weiß. Auf weiß stehe ich nicht so. Sorry. Ja, aber auf weiß stehe ich jetzt nicht so. Deshalb werde ich mir den nicht holen. Und in einer weiteren Folge zeige ich euch auch noch meinen Sprint. Dann hier noch Krypto. Mit dem Rucksack. Spektralwirbel. Ja, ähm. Ich glaube mal, ich zeige auch gleich noch den, also meinen ganzen Spinten spinnt. Enigma noch. Also abonniert mich alle bitte. Dann hier noch Boxerin. Boxerin. Ja, man kann da dran an und wo ist das denken. Ja. Ne Boxer auch von Boxers. Wenn ihr es kennt. Dann noch Kartonklapper. Finde ich auch sehr geil. Und Luftpolster. Ist auch sehr geil. Und hier mit Karmessenhacke. Finde ich auch sehr geil. Eine rote Ritterin und rote Ritter Schild. Finde ich auch sehr okay. Also von Ritter finde ich alles geil. Von den Ritter. Und dann halt hier noch. Und dann halt hier noch das Fortnassonziehenpaket. Einmal Auftragskima mit Brille und ohne Brille. Dann auch hier Blubberplaster. Ist auch geiler Rucksack. Und dann halt hier noch eine Aufgabe mit W-Bucks. Mit 1000 W-Bucks dazu. Und, äh. Lasst mir auf jeden Fall noch ein Abo da. Und ein Like. Dass ihr auch, äh, bald meinen Spinten sieht. Und, äh. Ciao. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich ja gerne adden. Raibi3009. Und ciao.